Hallo ihr Lieben, ja schön, dass ihr eingeschaltet habt zu meinem Vorbereitungsvideo für den Overnighter. Ja, ich habe eine Tour vor, nichts Großartiges, aber raus in den Wald, ja draußen übernachten, meinen neuen Schlafsack testen, unter einem Tartpennen und ja, da wollte ich euch einfach mal meine Ausrüstung zeigen, was ich so alles im Wurzack dabei habe. Ihr seht, ich habe mich für euch auf den Boden geschmissen, leicht unbequem, ja man kommt so langsam in die Jahre, aber das wird jetzt fürs Video schon gehen. Vorab, also alles was ich hier zeige und was hier vor mir liegt, das habe ich selbst gekauft, bestellt und bezahlt, also da ist nichts gesponsert und deswegen ist das hier auch keine Werbung, sondern im höchsten Fall unbezahlte Werbung, weil man halt die Produkte sieht. Ja, ihr seht, so richtig geübt zu sitzen bin ich nicht, aber ich würde sagen, fangen wir einfach mal an. Ja, ich beginne mal mit dem Schla... nein, nicht mit dem Schlafsack, mit dem Rucksack. Und zwar ist das der Rucksack meiner Frau, aber das ist der beste Rucksack, den ich eigentlich hier habe, weil der jede Menge Fächer hat zum Verstauen und auch eine praktische Größe für so eine Tagestour mit Übernachtung. Der hat 50 Liter plus 10, also ist eigentlich ein Mehrtagesrucksack, der ist von Salewa und mit dem bin ich bisher schon ganz gut gefahren. Bei dem deutsch-französischen Burgenweg mit dem Rainer, da hatte ich den auch dabei und ja, einfach eine einwandfreie Sache. Wie gesagt, jede Menge Staufächer, ich finde das praktisch, wenn man so die ganzen Sachen alles ein bisschen trennen will und nicht ins Hauptfach schmeißt. Dann geht die Mühlerei los und so kann ich das unterteilen. Küche, Werkzeug und Kamerazeug und ja, ist wie gesagt eine ganz praktische Sache. Ist eigentlich ein Frauenrucksack, aber für mich perfekt einwandfrei. Ja, ich würde sagen, ich fange mit dem Schlafzimmer an. Das ist zum einen eine Plane, die ich dann auf den Waldboden lege und ja, damit die Isomatte, die ich dann dabei habe, das ist so eine ganz billige, die habe ich mir mal in Decathlon gekauft, wirklich 3 Euro, 2 Euro, wenn überhaupt und die hält schon ewig. Also die habe ich schon sehr, sehr oft benutzt. Die kommt dann auf die Plastikplane und hier habe ich auch, das ist von Hikeman, eine kleine aufblasbare Matratze, Top-Teil. Also ich finde das Ding super und ja, das kommt dann hier auf das Aluminiumteil und da bin ich eigentlich von unten ganz gut isoliert. Also wie gesagt, Plastikplane, diese Isoliermatte und dann noch die, ja, Luftmatratze, die kleine und das ist dann eine perfekte Isolierung. Das ist dann der Untergrund und oben drüber halt eben das Tarp. Das ist ein 3x3 Meter Tarp. Das habe ich ehrlich gesagt noch nie benutzt. Ich habe es mir mal gekauft für eine Wanderung mit dem Sebastian. Der hat das dann mühevoll aufgebaut, seins, und ich habe in der Hütte gepennt, weil ich einfach zu fertig war, das Teil aufzuspannen. Aber dieses Mal, wenn ich mit Boris vom Kanal Boris Outdoor unterwegs bin, da will ich das unbedingt mal aufbauen. Und ja, ich habe mir schon einige Videos von Fritz Meinecke angeguckt, wie man so Taps aufbauen kann. Aber ich werde wohl bei der ganz einfachen Variante bleiben. Einfach das Ding, die Leine zwischen zwei Bäumen spannen, drüber schmeißen, links und rechts abspannen und das war es dann. Da sind Heringe dabei und wie gesagt, mit 3x3 Meter, denke ich mal, das wird das Standardmaß so sein für Taps. Ich weiß es nicht genau, aber da bin ich mal ganz guter Dinge, dass das ausreicht. Ja, wen es interessiert, das ist von Kalinko und ja, was hat das gekostet? Ich glaube 39 Euro bei Amazon, habe ich das irgendwann mal gefunden. Ich wollte nicht so sündhaft viel Geld ausgeben und das war so ein Zwischending. Die meisten haben so 19 Euro gekostet und dann die anderen gingen bei, was weiß ich, 69 Euro los. Und da habe ich dann so einen Zwischenteil gefunden für 39 Euro. Mein Schlafsack. Ich hatte euch ja gefragt, ja, habt ihr da Tipps für mich und da kamen jede Menge Antworten. Und nochmal an der Stelle vielen, vielen Dank für die ganzen vielen wertvollen Tipps. Und an der Stelle sei erwähnt, ich bin einfach eine Frostbeule. Und ich muss sagen, alles unter 25 Grad plus ist bei mir Winter. Das ist also, wenn andere im T-Shirt und kurzer Hose rumrennen, dann, ja, dann habe ich schon eine Jacke an. Und hier habe ich mir einen, ich muss mir erstmal eine richtige Position suchen, wie ich sitze. Meine Güte, jetzt kriege ich da einen Krampf im Fuß. Das kann echt nicht wahr sein. Naja, auf jeden Fall habe ich gesucht und gesucht und ja, ich war nicht bereit, 600, 800 Euro für einen Daunenschlafsack auszugeben, der zwar winzig klein ist und auch bei Minusgraden eine Komforttemperatur hat. Das war mir einfach zu teuer. Und dann bin ich durch einen Tipp auf die Firma Urberg gekommen. Die ist aus Skandinavien und die machen halt Winterschlafsäcke, die so Komforttemperaturen haben von Minus 10, Minus 14 Grad. Und da kam mir der genau richtig. Also hier der hat, wie gesagt, eine Komforttemperatur von Minus 14 Grad. Jetzt werden einige die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und lachen. Aber wie gesagt, ich erschwitze lieber im Schlafsack, als dass ich friere. Ich finde das grauenhaft. Nachts draußen im Zelt und am Tag ist ja mal vollkommen egal, aber zu frieren. Und das ist ein Daunensynthetik-Gemisch. Der hat ursprünglich 260 Euro, sollte der kosten. Und ich habe ihn dann mit Prozenten für 160 Euro mir gekauft. Und ja, also wie gesagt, Daunensynthetik-Gemisch. Das ist ein Unisex-Schlafsack. Der hat einen Wärmekragen. Der hat ein Fach für ein Kissen in den Nacken. Und ja, unten eine Öffnung an den Füßen, dass man auch sitzen kann in dem Schlafsack. Und könnte dann ja bei extremen Temperaturen da drin sitzen bleiben und essen oder sich was zu kochen zu machen. Und ja, von daher ist das also meine Wahl gewesen. Ist ein Mordstrümmer wirklich ein Riesenteil. Aber wie gesagt, das war mir egal. Ich will nachts schwitzen und nicht frieren. Und somit habe ich dann diese Wahl getroffen. Ich bin mal gespannt. Ist ja der erste Einsatz. Aber ganz ehrlich, es soll am Samstag, Samstag auf Sonntagnacht soll es plus 4 Grad werden. Also das wird nicht die ideale Temperatur sein, um das zu testen. Aber trotzdem, der kommt mit und den werde ich einweihen. Ja, der hat wie gesagt ein Fach für ein Kissen. Und das Kissen, das muss unbedingt mit. Das ist hier so ein aufblasbares Kissen. Das habe ich mal aus einem holländischen Billigmarkt. Da habe ich mir direkt 2-3 auf Vorrat gekauft. Und ja, ohne geht nicht mehr. Ihr wisst, ich bin mittlerweile über 50 Jahre alt. Da braucht man einen gewissen Komfort. Ja, das war es eigentlich zum Schlafabteil, zur Übernachtung. Wo mache ich weiter? Ja, ich würde sagen mit der Kamera. Die Kameratechnik, die ich mit habe. Jetzt filme ich allerdings mit der Osmo Action und dem Richtmikrofon. Also das Teil, in das ich reinspreche, werde ich definitiv mitnehmen. Dann werde ich als Ersatz noch die zweite Osmo Action mitnehmen. Man weiß ja nie, ich bin da geläutert von der GoPro, die mich so bitter im Stich gelassen hat, als ich mit dem Sebastian in der Hütte übernachtet habe. Und ja, den Geist, den Dienst verweigert hat, den Geist aufgegeben hat. Und so also eine Ersatzkamera dabei, damit ich auf der sicheren Seite bin. Dazu habe ich dann vier Ersatzakkus und eine Powerbank, damit ich notfalls das Handy oder mal einen Akku nachladen kann. Hier die Powerbank, die reicht jetzt für zwei Ladungen. Das ist ein bisschen wenig. Ich habe mir eine neue bestellt, die soll morgen kommen und die ist dann deutlich stärker. Die wird dann also mitkommen und die hier nur symbolisch zum Zeigen. Als Licht für die Nachtaufnahmen, Abendaufnahmen, habe ich zwei Ulanzi-Lampen. Und ja, die sind also Bombe. Die habe ich vor Jahren, habe ich mir die mal gekauft, als die rauskam und ja, habe sie direkt dem Sebastian empfohlen. Und mittlerweile, die hat sich voll durchgesetzt. Also das Teil ist stufenlos in der Helligkeit regelbar. Du kannst Farbmodi wählen und der Akku von dieser Ulanzi-Leuchte, der hält ewig. Also zwei Stunden, drei Stunden ist überhaupt kein Problem, das Ding am Laufen zu halten und echt Bombe. Ich nehme beide mit, weil wie der Teufel jetzt will, filme ich vielleicht mit zwei Kameras, leuchtet dann irgendwie aus. Also ich will deutlich mehr Aufnahmen in der Nacht machen und ja, von daher die beiden Lampen. Ursprünglich hatte ich geplant, noch die ZV-1 mitzunehmen, die Sony mit dem 1-Zoll-Sensor, weil die ist echt unschlagbar bei Nachtaufnahmen. Da kannst du hier so eine Osmo-Action kannst du halt vergessen, wer dagegen. Ich meine, in Verbindung mit dem Licht machen die schon gute Aufnahmen in 4K, aber man hat dann doch immer so ein leichtes Rauschen im Bild und ja, mit der ZV-1 mit dem 1-Zoll-Sensor, das ist gestochen scharf, auch bei Dunkelheit. Wenn du da eine kleine Lichtquelle hast, das ist mega. Naja, aber ich lasse die ZV-1 zu Hause, weil das wird mir dann viel zu viel. Ich habe es am liebsten wirklich nur mit einer Kamera zu filmen und nachher im Schnittprogramm habe ich alle Dateien untereinander und muss da nichts sortieren und hin und her und von daher wird es also nur die Osmo-Action, mit der ich gerade filme und halt das Ersatzteil. Als Stativ habe ich hier diesen Selfie-Stick, ja, das Dreibein, den man ausziehen kann und ja, das sollte für diese Kamera dann reichen und falls ich vielleicht noch mit einer zweiten Kamera filme, vielleicht das Essen zubereiten oder Feuer machen, wie auch immer, dann habe ich hier noch dieses Dreibein dabei und ja, ich habe dann halt zwei Stative zur Auswahl. Ja, das war es eigentlich. Ach ja, hier, das habe ich auch noch dabei, das bricht gerne mal ab. Ja, hier diese Halterung für die Osmo-Action, für das Gehäuse, damit man sie halt eben auf ein Stativ schrauben kann und ja, das war es dann aber auch. Die SD-Karten, die drin sind, das sind 64 GB Karten, das muss reichen, also ich habe keine weitere Karte dabei und von daher, das muss dann halt langen, langt aber auch, also die kriege ich niemals voll. Also, ja, ich würde sagen, weiter geht's. Ausrüstung. Ja, da ist eigentlich auch nicht allzu viel dabei in meinem Rucksack, wirklich nur das Notwendigste. Das sind zum einen Lederhandschuhe. Die brauche ich unbedingt, weil mittlerweile, ich habe das Talent, wenn ich mit dem Messer hantiere oder mit der Säge, ja, ich habe direkt einen Schnitt in der Hand oder sonst was und das brauche ich aktuell nicht. Als Messer habe ich hier dieses Beer Grills, das habe ich mir mal ganz am Anfang gekauft. Da lachen viele drüber, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ein richtig geiles Messer. Ich bin da super zufrieden mit. Das ist zwar nicht sonderlich scharf, aber für Hölzer zu spalten, für vielleicht in die Buschbox, ist das ideal. Also ein grobes Werkzeug, liegt gut in der Hand, man rutscht nicht ab, gummierter Griff, einwandfrei. Das habe ich dann auch am Mann und hat hier noch einen Feuerstahl. Was hat es noch? Ja, man kann es nachschleifen, braucht man eigentlich nicht, weil das Ding ist relativ stumpf und ist wirklich nur für so große, grobe Hackarbeiten gedacht. Also damit großartig schnitzen ist nicht wirklich drin. Aber habe ich auch nicht vor. Also ich bin jetzt nicht da so Buschgraf-mäßig unterwegs, dass ich mir irgendwelche Heringe, Haken oder sonst was schnitze. Also das dient wirklich nur dazu, dass ich Hölzer spalte und zum Feuermachen benutze. Als nächstes, das ist ein richtig geiles Teil, das kommt komischerweise bei den Buschkraftern gar nicht so oft vor. Das ist eine Felco-Klassäge. Felco ist ein Schweizer Hersteller für Gartenbaubedarf und ja, die stellen halt Profi-Werkzeug her. Ist zwar sündhaft teuer, der Kram, aber die Teile, ich sage euch, das ist schon was richtig Anständiges. Hat seinen Preis, aber mega. Gummierter Griff, rutscht es nicht ab und so scharf, also da machst du zwei, drei Mal bei so normalen Hölzern und dann ist das Ding durch. Dann die Taschenlampe habe ich dabei. Eigentlich viel zu viel, weil ich habe noch eine Stirnlampe und normalerweise reicht mir die Stirnlampe. Ich renne da nicht großartig im Wald rum und ja, dafür, was ich dann da im Wald suche, Hölzer, Totholz, ja, reicht dann halt eben die Stirnlampe und die Taschenlampe habe ich eigentlich nie im Gebrauch. Es sei denn, man würde vielleicht mal was hören und muss weiter ausleuchten. Ist aber bisher noch nie vorgekommen. Dann einen Regenschirm, einen kleinen Knirps. Das habe ich mir vom Sebastian abgeguckt. Das ist einfach der ideale Regenschutz. Nimmt nicht viel Platz weg. Ich habe zwar so einen Regencape, Jacke, Hose und das ist aber dann so ein Paket und ganz ehrlich, wenn man durch den Regen rennt, dann tut es der Schirm auf jeden Fall und später ist man sowieso, irgendwann, wenn es Dauerregen ist, ist man sowieso klitschnass, auch wenn man Regenklamotten anhat. So, meine Erfahrung. Gottes Willen, kann ja jemand sein, der richtig gute Klamotten hat und sagt, der redet totalen Quatsch. Meine Regenkleidung, die bleibt den ganzen Tag dicht. Ja, Hygienebeutel, da ist nicht viel drin, eine Zahnbürste und die Zahncreme. Dann noch ein Vlies, ein Vliestuch, hier so Mikrofaser-Vlies ist das, ja, um sich mal die Hände abzuputzen oder irgendwo zu erfrischen im Bach, was jetzt natürlich bei der Jahreszeit nicht mehr so der Fall ist. Also, ich meine, sich zu erfrischen. Dann, ich bin eigentlich viel zu schnell, oder? Ich ratter das so runter. Naja, egal. Soll ja auch nicht zu lang werden, das Video und, ja, will euch damit nicht dann übermäßig langweilen und strapazieren. Soll ja nur mal so ein Einblick sein, was ich so im Rucksack habe. Ich sehe das bei anderen auch immer total gerne. Einfach mal zu gucken, was haben die dabei und, ähm, ich finde das immer interessant. Ja, wie gesagt, erste Hilfeset, da habe ich, ähm, das ist so ein Standardpaket, das ist jetzt nichts großartig Erweitertes. Da sind die Mullbinden drin, ein Pflaster in verschiedenen Art und Weise und eine Schere. Dann meine Tabletten, die ich mittlerweile leider benötige, die sind auch da drin, da habe ich so einen kleinen Vorrat drin, falls ich mal unterwegs bin und meine am Bus oder, ja, im Hotel oder sonst wo vergessen habe, dann habe ich hier immer noch in dem Erste-Hilfe-Set meine Tabletten. Weil ich aber vom Sternzeichen Jungfrau bin und eigentlich alles immer doppelt und dreifach mitnehme, habe ich hier nochmal ein Tablettentößchen, das trage ich dann auch nochmal am Mann, also nicht wie das Erste-Hilfe-Teil im Rucksack, sondern sicher ist sicher. Ja, dann soll es das da zu dem Werkzeug gewesen sein. Weiter geht's mit der Küche. Küche ist mein, ja, Drangia mit am Start. Da habe ich einmal die Pfanne, natürlich, wo soll ich sonst meine Bratwurst drin machen und den kleineren Topf, das sind ja zwei Töpfe in dem Drangia-Set mit drin, den kleineren Topf, den habe ich rausgenommen, habe also nur den großen Topf dabei und, ja, wer sich damit noch nicht auskennt, soll ja Leute geben, die auch erst mit dem Thema anfangen. Das ist also ein Spiritus-Kocher, dieser Drangia und, ja, das ist hier der Brenner, der wird dann mit Spiritus befüllt. Man hat hier noch einen Ring, mit dem man die Flamme regeln kann. Ja, den braucht man eigentlich, also ich persönlich brauche den relativ oft, weil, beim Drangia ist es so, entweder hat die Flamme volle Power, dann ist es zu heiß und brennt dir an, oder aber, du machst den Ring drauf, dann hast du halt ein bisschen weniger Hitze und dir verbrennt der Kram nicht so schnell. Ja, Drangia Spiritus, sehe ich gerade, habe ich nicht mehr allzu viel da drin, aber, ich habe immer, zu dem Spiritus, noch eine Packung Espit dabei, weil, den Drangia kann man halt einfach auch mit Espit-Füllen anmachen und dann brennt das Teil da genauso. Also, der Drangia, dieser Brenner, dient dann einfach nur als Abbrennvorrichtung. Abbrennvorrichtung, manchmal ist schon geil. Ja, hier habe ich noch mal ein Sturmfeuerzeug, separat dabei, das habe ich immer im Drangia und dazu noch ein Feuerstahl, der ist auch im Drangia fest drin, falls das Gas mal leer ist, das Feuerzeug kaputt, also kriegst du hier mit dem Spiritus immer an. Das funktioniert auch echt super, eigentlich müsste man gar kein Feuerzeug mitnehmen. Dann ein kleines Messer, ja, das habe ich dabei, um halt eben Zwiebeln oder irgendwas zu schnipseln, das eignet sich dann auch mehr zum Kochen oder Schnitzen, sage ich jetzt mal, als dieses riesige Messer, was ich dabei habe, zum Holzhacken. Was auch immer im Drangia ist, also die Sachen, die ich euch zeige, die sind jetzt immer in diesem Pott vom Drangia drin und die sind immer dabei, also bei jeder Tour, egal ob ich Fahrrad fahre oder wandern gehe, also ich räume den Drangia nicht aus und tue mir nur die Sachen rein, die ich benötige, sondern es ist einfach so, es ist einfach so, dass halt eben das Zeug immer da drin ist und ich es dann zur Hand habe, wenn ich es brauche. Das hier ist so ein Universal-Besteck, das habe ich glaube ich mal im Norma gekauft, also ihr seht, das ist bei mir alles relativ günstig und ja, wie soll ich sagen, nichts Ultra-Light, sondern das ist alles eher Ultra-Schwer. Ja, hier hast du halt Messer, Gabel, Löffel dran und ein kleines, hier so ein Spatel, Flaschenöffner, Kurkenzieher, ja, halt wie so eine Art Schweizer Messer, nur in Billig. Kinspan habe ich auch dabei, falls man dann doch mal ein richtiges Feuer macht, das ist dann immer eine gute Sache. Klar, wenn man dann Spiritus dabei hat oder Esbit, könnte man dann auch das Feuer entzünden, aber hier, das hat halt so Abenteuercharakter. Man kann auch das Feuer mit dem Feuerzeug anmachen, da brauchst du auch keinen Feuerstahl, aber es macht halt mehr Spaß, man ist draußen, man will ein kleines Abenteuer erleben und ja, da nutzt man halt sowas. Dann zum Kochen, um die Speisen ein bisschen zu verfeinern, habe ich hier Maggi in Miniaturausführung, Salz, ja, Öl, Öl habe ich immer dabei, das braucht man einfach, egal was man macht, auch selbst, wenn man eine fettige Bratwurst macht, wenn der Trangia, die Pfanne, kein Öl hat, dann hat man da keine Röstaromen oder keine schöne Bräune am Fleisch und von daher immer Öl dabei. Diesmal habe ich dabei, ja, so ein Reisgericht, Curry Chicken ist das und ja, da bin ich mal gespannt, das werde ich auf jeden Fall machen, aber da gibt es auch noch eine Fleischbeilage zu, also nicht nur die kleinen Hühnerfetzen, die hier drin sind, sondern da kommt noch was Anständiges dabei, weil das wäre ein bisschen wenig für den Abend. Die Tasse kommt mit, weil morgens brauche ich meinen Kaffee und dafür habe ich hier so, ja, so 3 in 1 Kaffee, Milchkaffee ist das und die sind ganz praktisch, einfach nur reinkippen, umrühren, fertig. Eine Flasche Wasser, klar, für unterwegs mal, was zu trinken und vielleicht auch, wenn man dann kein Wasser vor Ort hat, ja, um sich was zu kochen. Jetzt muss ich aber mal gucken, das hier ist Medium, das muss ich noch austauschen, da nehme ich stilles Wasser mit. Ja, das war es eigentlich im Großen und Ganzen. Naja, gut, hier habe ich noch dann eine Jacke, eine Vliesjacke, die ich mitnehme, die werde ich aber anhaben, denke ich mal, und vielleicht für nachts noch eine, ja, eine Weste, eine wärmende. So werde ich dann auch wohl losspazieren an dem Samstag, sprich, ja, ich muss mal gucken, wann ich das Video hier hochlade. Es kann sein, wenn ihr das Video jetzt hier heute seht, dass es schon Samstag ist und ich mit dem Boris schon unterwegs bin. Ja, meine Trekking-Outdoor-Hose, hier meine Bergwanderstiefel und das war es. Also, mehr kommt nicht mit. Ja, das ein oder andere Kaltgetränk vielleicht noch und natürlich noch ein paar Essenssachen. Ich hoffe, euch hat meine kleine, mehr oder weniger spontane Vorstellung hier gefallen. Über ein Like würde ich mich freuen und, ja, ich würde sagen, dann sehen wir uns nächstes Wochenende wieder mit dem Video von der Übernachtung draußen und ich hoffe, es wird noch ein bisschen kälter, damit ich meinen Schlafsack testen kann. Bis dahin, euch und eure Lieben, alles Gute, macht's gut, ciao, euer Dirk on Tour. und bis hier. bis dann. Bis dann. Bis dann, vorbei, bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020